Sie wollen wissen, was die paroxysmale nächtliche Hämoglobinorie, kurz PNH, ist? In diesem Video erläutern wir Ihnen die wichtigsten Fakten, die Sie über PNH wissen müssen. Paul Strübing, ein deutscher Internist und Hochschullehrer, veröffentlichte 1882 zum ersten Mal einen Fall zur PNH über einen 29-jährigen Mann, der sich mit Abgeschlagenheit, Bauchschmerzen und blutigem Urin bei ihm vorgestellt hatte. Strübing schloss daraus, dass sich die roten Blutkörperchen des Patienten auflösen mussten. Inzwischen ist bekannt, dass bei PNH ein Teil des Immunsystems, das sogenannte Komplementsystem, die körpereigenen roten Blutkörperchen angreift und zerstört. PNH zählt zu den seltenen Erkrankungen und tritt im Durchschnitt mit Anfang 30 auf. Die Gesamthäufigkeit, auch Prävalenz genannt, liegt im Durchschnitt bei nur 16 Menschen innerhalb einer Million. Anders ausgedrückt ist einer von 62.500 Menschen betroffen. Das entspricht einem Menschen in einem vollbesetzten Fußballstadion. Die Bezeichnung PNH ist dreifach irreführend, denn anders als der Name der Erkrankung suggeriert, treten die Symptome nicht immer in Anfällen, also paroxysmal oder nächtlich auf. Auch die namensgebende Hämoglobinorie, also das Ausscheiden des roten Blutfarbstoffs über den Urin, ist bei einer Diagnose der PNH nur bei einem Viertel der Patienten vorhanden. Zu den Symptomen der PNH zählen Bauchschmerzen, Probleme beim Schlucken, Erektionsstörungen, schwere Abgeschlagenheit, die Ausscheidung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin mit dem Urin und Atemnot. Aber nicht jede PNH verläuft gleich. Die Ausprägung und Kombination der einzelnen Symptome können bei jedem Patienten unterschiedlich sein. Doch was unterscheidet einen gesunden Menschen von einem PNH-Patienten? Bei allen Menschen werden die roten Blutkörperchen von blutbildenden Stammzellen im Knochenmark gebildet. Bei gesunden Menschen besitzen diese auf ihrer Oberfläche spezielle Schutzproteine. Diese verhindern, dass die eigene Immunabwehr die Blutzelle angreifen kann. Doch bei Menschen mit PNH sind diese Schutzproteine nicht oder nur teilweise vorhanden. Dadurch werden die betroffenen Zellen vom Komplementsystem fälschlicherweise angegriffen. Das eigene Immunsystem bringt die roten Blutkörperchen zum Platzen. Das nennt man auch Hämolyse. Mögliche Komplikationen der PNH können ein verstärktes Auftreten von Thrombosen, chronische Niereninsuffizienz sowie Blutarmut sein. Verständlicherweise wird die Lebensqualität durch diese Komplikationen stark eingeschränkt. Da die Symptome sehr unterschiedlich sind, wird die PNH auch oft als Chamäleon der inneren Medizin bezeichnet. Dabei ist die Diagnose einfach und eindeutig. Dafür reicht schon eine gewöhnliche Blutentnahme aus. Die durchflusszytometrische Untersuchung der Blutprobe ist heute Standard in der PNH-Diagnostik. Vereinfacht ausgedrückt fließt bei dieser Methode das entnommene Blut durch eine Testkammer. Mittels fluoreszierender Antikörper und spezieller Laser kann dann das Fehlen der Schutzproteine nachgewiesen werden. Der Arzt kann damit klar die Diagnose PNH stellen. Heutzutage ist die PNH gut behandelbar. Weil jede PNH anders verläuft, können die therapeutischen Maßnahmen je nach Patient unterschiedlich sein. Welche Therapieoptionen für Sie am besten geeignet sind, sprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt ab. Auch wenn die PNH nur sehr selten auftritt, sind Betroffene damit nicht alleine. Auf verschiedenen Websites und speziellen Patiententagen können Sie sich mit anderen Patienten austauschen und mehr über PNH erfahren. Weitere Informationen finden Sie auf alexion.de Die PNH-Diagnostik Untertitelung des ZDF, 2020